Hallo und willkommen bei HardwareRat. Hier das Update des 800 Euro Gaming Computers Juni 2023. Als Prozessor der AMD Ryzen 5 5600 mit 6x 3,5 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,4 GHz, 65W TDP. Er hat SMT, das störtet an insgesamt 12 Threads. Er unterstützt Dual Channel DDR4 und er sollte für Gamer die nächsten 2-4 Jahre gut ausreichen. Dazu als CPU-Kühler der Arctic Freezer A35. Es ist ein CPU-Kühler mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und er kann die CPU locker, gut und leise kühlen. Nun das Mainboard, das ASRock B550 Phantom Gaming 4 mit dem AMD B550 Chipsatz. Es hat USB 3, es hat hat 3,4 DDR4 RAM-Bänke, PCI-Express 4.0, 2 M2-Slots für die SSD und 1 M2-Slot für eine WLAN-Karte und 5.1 Sound. Anschlüsse am Audio-Panel, einmal PS2, 6x USB 3, HDMI, dieser kann allerdings nicht genutzt werden, da der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, eine LAN-Buchse und drei 3,5 mm Klinken für den Sound. Nun zum Arbeitsspeicher, 32 GB G-Skill Rip Jaws 5, DDR4, 3600 und CL18 sind recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in einem Dual-Gel-Modus betreiben und 32 GB sind für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Manche werden jetzt vielleicht behaupten, man hätte am Arbeitsspeicher sparen können, nur 16 GB verwenden können und dann woanders das Geld eher investieren können, finde ich nicht. Arbeitsspeicher ist so billig geworden, in dem Preisbereich sollte man jetzt mittlerweile schon auf 32 GB setzen. Nun zur SSD, eine 1 TB Lexa NM710. Es ist eine PCI-Express 4 SSD mit bis zu 5 GB pro Sekunde lesen und 4,5 GB pro Sekunde im Schreiben und 1 TB sind für die meisten unter euch auf jeden Fall für den Anfang ausreichen, man kann ja jederzeit noch Speicher nachrüsten. Jetzt die Grafikkarte, eine 12 GB PowerColor RX 6700 XT Fighter. Sie hat als Anschlüsse für den Monitor 3x Displayport und 1x HDMI und mit ihr kann man die meisten derzeitigen Spiele auf WQHD auf hohen Einstellungen flüssig spielen. Nun zum Netzteil, das 650 Watt Deepcool PK 650D. Es ist ein Single-Rail DC-DC Netzteil mit 80 plus Bronze und 650 Watt sind für den PC mehr als genug, man hat noch Platz zum Aufrüsten. Und zu guter Letztes Gehäuse, das Enderfy Signum 300 Core. Es ist ein schlichtes Gehäuse mit Mesh-Front, also gutem Airflow, zwei vorinstallierten Lüfter und einer Glasscheibe an der Seite. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Das war auch schon die Grundkonfiguration. Zusammen kostet der PC rund 805 Euro und jetzt zeige ich euch, welche Komponenten man nehmen kann, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte. Für rund 40 Euro mehr gibt es den Ryzen 5600X. Dieser kann höher boosten, was vor allem in Competitive Spielen, wo du viele FPS brauchst, von Vorteil ist. Für rund 20 Euro mehr bekommt man den gleichen Arbeitsspeicher, allerdings mit der CL16er Latenz. Das bringt ein klein wenig was. Ich würde allerdings vorher auf den Ryzen 5600X setzen, denn das bringt mehr als der Arbeitsspeicher. Die vorgeschlagene RX 6700XT Fighter hat jetzt nicht den besten Kühler. Wenn ihr ein bisschen eine leisere Grafikkarte haben wollt, dann setzt auf die Gigabyte Eagle, die kostet 20 Euro mehr. Für rund 50 Euro mehr gibt es die 2TB-Version der SSD. Man kann allerdings auch sogar zweimal die 1TB-Variante kaufen, ist sogar günstiger, je nachdem, was einem lieber ist. Wenn ihr den PC selbst zusammenbauen möchtet, sowas aber noch nie gemacht habt, dann guckt in die Videobeschreibung, dort habe ich eine Playlist verlinkt, wie man ein PC zusammenbaut, ganz anfängerfreundlich gestaltet. Wenn ihr doch lieber einen Fertig-PC kaufen wollt, auch kein Problem. Ich biete den Hardware-Rad 800.2 an auf meinem Webshop. Dies hat halt nicht die RX 6700XT von AMD, sondern eine NVIDIA RTX 3060 Ti. Dafür allerdings auch ein Ryzen 5632 GB an Arbeitsspeicher. Hier bekommt ihr für 819,99 Euro einen PC, der fertig zusammengebaut ist, Windows installiert und aktiviert ist. Das heißt, wenn ihr ihn zu euch nach Hause bekommt, einfach nur auspacken, anschließen und loslegen. Link in der Videobeschreibung. Das war es dann aber auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dieses Video älter als drei Monate alt ist, bitte in die Videobeschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.